In meinem letzten Video habe ich über sexuelle und sexualisierte Gewalt gesprochen. Und ich würde gefragt, was eigentlich der Unterschied ist zwischen beiden Begriffen. Ich werde, damit der Algorithmus mir gnädig gestimmt ist, im Folgenden immer auf das S-Verzichten, also von exueller und sexualisierter Gewalt sprechen. Das klingt zwar witzig, ist aber immer noch ein ernstes Thema. Also wenn es euch zu viel ist, bitte weiterscrollen. Also exuelle Gewalt bezeichnet, wenn der Ex sozusagen zu Gewalt dazugehört. Jetzt werden viele Leute sagen, ja aber Gewalt kann niemals exuell sein, weil es gibt ja keinen Konsens. Und das stimmt auch gewissermaßen. Aber der Begriff exuelle Gewalt will einfangen, dass es manche Menschen gibt, die Gewalt als lustvoll erleben. Das klingt zwar hart und das ist es auch, aber das ist eine Realität. Und die wird durch den Begriff exuelle Gewalt abgebildet. Bei sexualisierter Gewalt hingegen steht nicht der Ex im Vordergrund, sondern die Gewalt. Der Ex ist nur ein Mittel, um Gewalt auszuüben. Etwas vereinfacht könnte man sagen, dass bei exueller Gewalt es so ist, dass die Gewalt ein Mittel ist, um Ex zu erreichen. Und bei sexualisierter Gewalt ist es genau andersrum. Da ist der Ex-Mittel, um Gewalt zu erreichen. Ich finde es wichtig, beide Begriffe voneinander zu unterscheiden, weil sie einfach zwei verschiedene Sachverhalte beschreiben. Und deswegen habe ich auch beide Begriffe verwendet. Ich habe noch ein Video jetzt in der Quelle, was das Thema so ein bisschen genauer beleuchtet. Könnt ihr euch ja auf YouTube angucken. Könnt ihr euch ja auf YouTube angucken.